Wenn es den Tieren gut geht, dann merkt man das, das sagen sie auch gerne. Mein Name ist Roman Schlatter. Ich bin Isabel Giesel. Und wir mästen hier auf dem Betrieb Rindermästen. Die Tiere kommen zu einem hin, sie lassen sich streicheln. Dann können wir sämtlich erstossen und suchen Tieraufmerksamkeit. Und man sieht es auch, wenn sie im Strau liegen und wiederkommen und einfach zufrieden sind, wenn es den Tieren gut geht, dann geht es auch uns gut. Soll ich was mit Tieren gut geht.